Der Bodhi International SIGWI ist eine Motorsport-Rennstrecke in Greta Noida in der Nähe von Delhi im Bundesstaat Uttar Padesh in Indien. Sie wurde von Hermann Tilke geplant. Die Streckenlänge beträgt 5,125 km. Am 30. Oktober 2011 fand dort erstmals der große Preis von Indien im Rahmen der Formel 1 statt. Nach dem Rennen 2013 wurde die Strecke wieder aus dem Kalender gestrichen. Die leicht hügelig in die Landschaft modellierte Strecke wird von einigen Fahrern als Berg- und Talfahrt bezeichnet. Da im Bodhi International SIGWI auch Motorradrennen ausgetragen werden, haben die betonierten Streckenbegrenzungen ein höheres Profil als bei reinen Rennwagenkursen, was ein für Monoposto erhöhtes Berührungsrisiko bedeutet. Der Kurs wurde im April 2011 von JB Group SIGWI in Bodhi International SIGWI umbenannt. Die Strecke wurde nach Boda benannt, um ein Zeichen für Frieden und innere Ruhe zu setzen. Alle Sieger von Formel 1 Rennen in Greta Noida Rekordsiegerfahrer Rekordsiegerkonstrukteure Rekordsiegermotorenhersteller Rekordsiegerreifenhersteller Rekordsieger-Nationen Rekordsiegeraisch Rekordsiegerät Rekordsiegerästeller